Willkommen zu Grow Up! Ich bin euer Firobo und wir werden wieder direkt los. Jetzt gehen wir hier ein bisschen Crystal sammeln. Nicht Crystal Memphs, sondern Kristalle zum Upgraden. Unseres tollen Typen hier. Ich werde hier einfach nur rumgeschubst. Fuck! Halt dich gut fest, Bud. Das ist eine Potter-Ausforderung, nice. Yeah! 22 Kristalle. Uh, hoppala. Ja, schon wieder neue. Aua, wie soll ich die denn scannen? Ah, jetzt haben sie scannen. Gut. Ciao, Bud. So. Warte, jetzt müssen unsere Tanks aufgeladen sind, bevor wir hier irgendwas machen. Warte, was ist denn jetzt passiert? Was war das, bitteschön? Ich wurde hier voll bestraft. So, da war auch noch ein Kristall, das weiß ich. Aber ich wollte eigentlich nach oben. Na egal. Und das war ich jetzt. Der will mich einfach nicht nach oben schleudern so richtig, ne? Huiii. Huiii. Huiiiii. Da sehen wir ihn doch schon. Kann ich den Kristallen ja nicht sehen. Bin ich denn blind im Kopf? Ah, schafft man das mit dem Jetpack? Natürlich nicht. Holfe ich jetzt. Ne, wir machen damit kein Höhengewinn. Ach komm, jetzt direkt eine Schießpflanze. Na komm, geh da rein. Sack. Komm her, lieber Kristall. 23, nice. So, äh, was haben wir denn hier noch nicht erledigt? So, die Patrasse dann haben wir. Da habe ich gerade Kristall gelesen. Da ist Kristall, ist das auch eine Sonnenblume? Ne, Sonnenblume sage ich schon, äh, Sternblume hier. Äh, da ist ne, ne, das ist unsere alte Sternblume, die hatten wir schon. Das ist jetzt mal eine blöde Markierung. Bin ich gerade blind? Da ist eine Sternblume. Ne. Okay. Ah ne, wir sind da. Okay, wir sind da. Wissen mal, will ich den hier haben. Ah, jetzt seh ich noch. Na gut, den ist jetzt auch so gefunden eigentlich. Den hätte ich zumindest, weil... Ich bin hier nicht ganz blind. Ui, wir fliegen mal hoch. Zack, 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 zack. Na, komm her, Kristall. Na, geht doch. So, da auch schon die nächsten, wo ich hin will. Zack, zack, zack. Dann habe ich auch schon die nächste Sternpflanze. Ja, 25 haben wir schon. Leider ein bisschen weniger als ein Viertel. Guck mal, da haben wir noch was. Ui, das reicht sogar. Na. Jetzt mach ihn hier auf. Komm schon, Bad. Könnte so die Pflanzen nicht gleich fressen wollen, ey. Hilfe. So. Oh, ist auch noch einer. Scheiße, verfehlt. Haha. Hätte ja klappen können. Wäre stylisch gewesen, aber gut. Dann klettern wir halt hier nochmal hoch. Jeden Kristall, den ich so jetzt auf Anhieb sehe, den nehme ich auch mit. Okay, ich kletter halt wieder zurück. Was ist los mit dem, Bad? Ah, wunderbar. Ah, jetzt müssen wir noch irgendwie hier hochkommen. Oder halt ich einfach nicht fest, genau. Wer macht halt wieder mein Lieblingsspeischen hier? Ach ja. So, so. Ich weiß nicht, ob wir hier zum Schiffsteil kommen, aber wir sollen jede Sternpflanze wachsen lassen, glaube ich. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es um eine Fähigkeit gibt. Und Fähigkeiten sind super. So, wir klettern weiter höher. Ja. Ich würde gerne irgendwie schneller hochkommen. Ja, ich bleibe hier einfach irgendwie auf jeder Kante hängen, irgendwie. In meinem Jetpack. Und ich muss immer meine Nase kratzen. Die jucken mich. Alles klar. Hä? Ich dachte gerade, ich hätte die jetzt schon gemacht, weil das so aussehen, als wäre die da drin steckt. Äh, komm schon. Ist das denn hier so einer? Äh, das sieht so aus. Schön, schön, dass es auf der Schiene Sternpflanzen gibt. Zinnig nice. Wuhuuu. So. Und das sollte passen. Oh, bei dem ist es so sieben Stück. 1200 Meter hoch kann die? Okay. Kann man damit fast schon ins Weltall vielleicht? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Hä? Hä? Jetzt geht er da hoch. Aua. Die mobben mich hier. Gut, so. Steh auf, Bud. So. Wo haben wir denn noch Inseln hier? Da hatten wir jetzt eine. Weiter oben. Ich müsste also ein wesentlich weiter noch darüber. Okay. Haken wir uns einfach mal in der dran. So. Hui. Ach, Scheiße. Wir stellen einfach mal den hier an. Ich kann wieder komische Pflanzen wachsen lassen. Nice. Okay. Wo ist denn ein Spross gesetzt? Ah, du lässt hier ein Spross wachsen. Wunderbar. So. Wir müssen. Ich glaube noch da, oder? Ich sehe die wegen der. Ich weiß nicht wo ich hin muss. Da ist ein Kristall. Dann will ich erstmal hier hin. Das war auf jeden Fall nice. So, okay. Jetzt weiß ich aber nun immer noch nicht wo eigentlich dieser Fels ist, den ich angesteuert hatte. Äh, hier ist alles so verwachsen und so. Und so viele Wolken. Die Wolken stehen extremst gerade. Ja, wird schon mal hochgeschossen. Ah, geht doch. Äh, bin ich gerade gestorben? Ich bin gerade gestorben. Oh. Oh ne. Äh. Okay. Jetzt häng ich hier unten noch. Nö. Das ist jetzt schon ein bisschen arschig. Ich muss den ganzen Quatsch wieder hochklettern. Na komm, krieg dich an und klettere. Ach du Kacke. Ui, 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 ui. Ach, ich krieg mich da Teil jetzt nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? So, hier komm schon noch gefahrlos. So, da ist einer. So, da ist einer. So, ich stehe nicht ganz drin. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Hä? Jetzt habe ich ihn jetzt einfach verloren habe, den Felsen, in den ich ran wollte. Äh, ja gut. Das sind einfach viel zu krasse Wolken irgendwie. Ich glaube, der ist einfach da im Nebel. Die ich eigentlich haben wollte. Da kann ich ja irgendwie hier springen. Da kann ich springen. Okay, jetzt müssen wir die nach unten. Hm? Total umständlich alles gewachsen hier. Oh Mann. Aber wir haben es geschafft. Wow. FPS Einbrüche. Alles klar. So. Und hier ist kein. Na. Bis ernsthaft kein bisschen. Kristall. Okay, gut. So. Dann gehen wir mal hier hin. Wir fallen einfach fast runter, weil wir einfach in der fucking Wolke sind. So. Da haben wir noch einen Spross. Mit dem könnten wir auf die richten. Da haben wir noch eine. Da sind auch noch welche. Boah, ist so unübersichtlich gerade, finde ich. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal an den da ran. Ja. Mach doch mal deinen Scheiß. Boost. Da ist auch noch einer. Äh, ja. Ja. Bitte erstmal zu dem. Wissen wir, dass da für ein komischer Effekt ist. Sieht unheimlich aus. Ne. Reicht natürlich leider nicht. Na. Kriegst du mal hier einen Auswachs oder so? Jawoll. Kriegst du sogar. So. 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 Und einfach mal da rüber. Äh. Ne. Doch. Das ist doch der Stich. Kann ich halt mal so machen. Wow. Schwimm der Plessenbrüche aber. Okay. Da fliegt man einfach so nach oben. Äh. Ne. Schau doch hier ein Kristall. Hä? Was ist das Bleu der Kristall? Ach, der ist über mir. Wie es scheint. Okay, gut. Ich kann ja mit dem Ding wahrscheinlich hochfliegen. Hui. Volle Teleporter. Wir haben 30. Jetzt haben wir drei Raketen. Nice. Jetzt können wir uns mal ein bisschen hier orientieren. Erst mal Nase kratzen. Das ist das Wichtigste. So. So. Wir sind jetzt hier. Juhui. Jupp. Okay, warum denn das eine Fähigkeit? Hat der Baum denn hier wohl einen Spross, den ich benutzen könnte dafür? Wir haben hier einen Spross und den würde ich auch gerne benutzen, um uns zu der anderen Inseln zu kommen. Okay, wir erreichen aber schon das Universum hier. Krass. An demnächst mal wieder hin. Da ist nämlich auf jeden Fall was. Achso, nur eine Pott-Ding. Da war eine Potter-Hausfallung. Ist da? Okay. Oh, da ist halt noch ein... Oh, da ist halt noch ein... Äh... Oh, da bin ich jetzt hier genommen. Bug. Wir sind ein Bug. Okay. Ah. Kann ich hier noch was drücken? Ne. Okay, höchste Höhe haben wir 839. So, wir haben schon... Fähigkeiten haben wir schon. Vier von sechs. Okay, gut. Kristalle 30 von 50. Also ein Fünftel haben wir geschafft. Also 20%. Haushalt 4 von 40. Also 10%. Okay, jetzt bin ich eine Biene. Und ich muss da lang. Was, da brauche ich hier... Ja, hier brauche ich ein Gleiter für. Das schaffe ich gar nicht. Oder? Vielleicht doch. Glück. Na komm, lad noch mal auf. Das war knapp. Na komm, das könnte ich sogar schaffen. Da ist ein Kristall. Obwohl wir nicht für die Herausforderung schaffen. Oh, ich habe keinen Boost mehr. Scheiße. Das ist auch noch ein Schiffsteil. Jetzt ich frage, ob ich das jetzt wirklich schaffen werde. Ne, das schaffe ich nicht. Schade. Hätte ich gar nicht geschafft, aber ne. Ah ne, wir versuchen die Herausforderung schon mal neu. Hui. Ich hätte mir lieber direkt hier den Kristall holen sollen. So. Kristall, wo bist du? Ne. Halt dich fest, du dicke Bumsebiene. So, nice. Ja, jetzt hänge ich hier wieder in dem Felsen fest, nice. So. Ist da wahrscheinlich auch ne, oder? Ist da drunter vielleicht ne Pflanze? Ich würde jetzt mal rausgehen, oder? Okay, das Raumschiffteilber auch so holen. Na, wir gehen jetzt mal jetzt hier wieder zu unserer Pflanze. Hui. Die wollen wir uns nicht nur wachsen lassen. Wir haben noch jede Menge Inseln, die wir noch nicht ergründet haben. Guck mal, da haben wir noch nen Kristall. Kristall, komm her zu mir. Wuhu. Hui. Da bin ich weggeschleudert. Sehr nice. Gut, jetzt bin ich hier. Da oben will ich eigentlich noch hin. Schnappen wir uns da so. Krankenteile. Wuhu. Aufmettung nach oben mit uns. Nein, reicht das, aber es reicht. Ich bin jetzt durch in dieser Pflanze. Nee, ich kann ja nicht fliegen. Zin nervig. Sollten sie ändern. Nächstes Upgrade. Und. Jetzt mal klapp ihn auf. Latsch. Jetzt komm ich nicht dran oder not. Aber wir kriegen einen. Gleiter. Okay, wir kriegen einen Gleiter. Oh, hier ist noch ein. Ich bin eine fette Biene. Lass mich hier rein. So. Ich bin so eine dicke Biene. Ich kann einfach Kristalle wegrammen. Nice. So, und den Punkt holen wir uns hier auf jeden Fall mal eben. Hoppala. Wir wollen hoch hinaus. Hoch hinaus. Komm. Oh ja, nice. Na, und zack. Geschafft. So. 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 Klettern wir halt hier hoch. So, mein nächstes Tipp. Hoppala. Hoppala. Hoi. Bist du? So, cool. Ne, kletter. Jawoll, haben wir das auch geschafft. Nice. So. Ach ja, die Potterausforderung haben wir ja schon probiert. Die kriegen halt... Aber jetzt haben wir einen Gleiter. Äh, ja. Jetzt bin ich an der Kabine. Hui. Oh, guck. Alles klar, wir können ja alles machen. Hm, lol. Wir haben keine Arme gerade. Okay, ich weiß nicht, wie ich den Gleiter aktivieren kann. Gerade. Ach so, ich muss gedrückt halten. Ah, alles klar, gut. Oh, wir haben nicht... Ich hab noch nicht rausgefunden, was wir den Ball brauchen. Das ist mir persönlich gerade noch ein bisschen... Unklar. Wuppala. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.